Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zu einem Sieger macht, als die Lust auf Gewinn. Und die Lust auf Gewinn ist das, um was es geht. Das weckt die Gier in dir. Das macht dich aus. Das lässt dich leicht laufen. Das lässt dich leicht über deine eigentlichen Möglichkeiten hinauswachsen. Das macht dich besonders stark. Und diese Lust aufs Gewinn, die tobt in mir. Und das ist das, was ich versuche, in Worten und Gesten und Gesichtsausdrücken meinen Jungs mit auf den Weg zu geben. Wie sehr es sich lohnt, für den maximalen Erfolg sich komplett zu verausgaben. Das ist das, was zählt. Im Leben wie im Fußball.